Papa, warum sprichst du so zu mir? Du hast den Laptop kaputt gemacht, Mia. Du hast noch nichts gesehen, Papa. Stopp, Mia! Was machst du? Bitte, Mia! Mein Gott, dieser Albtraum war intensiv. Habt ihr auch meinen Traum gesehen? Kann es sein, dass Mia alleine ist und euch nicht einlädt? Das ist Wahnsinn, meine Freunde. Glaubt nicht an den Albtraum. Unmöglich, Mia würde das nicht tun. Mia, was machst du hier? Hast du bis jetzt geschlafen? Siehst du mich schlafen, Papa? Nein, aber ich sehe dich immer noch im Schlafzimmer. Warum bist du immer noch hier im Schlafzimmer? Papa, ich habe einen Albtraum gesehen und ich habe Angst. Hast du Angst vor Albträumen? Du bist sowieso ein Albtraum in meinem Leben. Albträume haben Angst vor dir, Mia. Papa, Papa, warum sprichst du so zu mir? Ich weiß, dass dieses Verhalten unhöflich von mir ist, aber ich kann es nicht ertragen, wenn er so spricht. Vater mit quadratischem Kopf Ich möchte euch fragen, ob ihr den YouTube-Kanal abonniert habt. Wenn du immer noch nicht abonniert hast, ist dein Kopf nicht besser als der Kopf meines Vaters, dein Kopf ist auch quadratisch. Ich weiß nicht, warum die quadratischen Köpfe den Kanal nicht abonnieren. Glaub mir, du wirst nichts verlieren, wenn du den Kanal abonnierst. Wenn du nicht weißt, wie man abonniert, dann weißt du wirklich, dass du ein quadratischer Kopf bist. Jetzt gehe ich. So machst du das, Mia, schlägst du deinen Vater. Dein Vater, der Held, der zu Hause für dich arbeitet. Ich habe vergessen, mich euch vorzustellen, meine lieben Freunde. Ich heiße David und ich bin der Vater von Mia, die ihr gerade gesehen habt. Habt ihr gesehen, was meine Tochter gemacht hat? Gibt es auf der Welt ein Mädchen, das solche Dinge tut? Natürlich gibt es niemanden wie sie mit diesem Wahnsinn. Mein Kopf schmerzt immer noch von dem Schlag. Sie schlägt und geht weg, sodass ich nicht weiß, wo sie hingegangen ist. Da ich ihr Vater bin, ist es meine Pflicht zu wissen, wo sie hingegangen ist. Ich muss gehen und nach ihr suchen. Sie ist meine Kleine und ich bin der Einzige, der sie beschützen kann. Sie ist draußen und ich spreche mit ihnen. Das ist keine vernünftige Vaterreaktion. Ich muss etwas tun und sofort nach ihr suchen. Bitte lasst mich gehen und nach ihr suchen. Ich muss etwas tun und sofort nach ihr suchen. Meine Tochter, du bist hier und ich suche nach dir. Was möchtest du, Papa? Ich habe mir Sorgen um dich gemacht, meine Tochter. Beruhige dich ein wenig und erzähle mir, warum du mich mit dem Ball geschlagen hast. Du hast mich vor den Zuschauern gedemütigt. Entschuldigung, Papa, aber du redest zu viel. Wenn du sprichst, weißt du oft nicht, was du sagst, deshalb wusste ich nicht, was ich tun sollte. Du weißt nicht, was du tust. Bist du dumm, meine Tochter? Hör auf deine Worte, Papa, und sag mir, wer zu viel spricht. Ich spreche zu deinem Besten, Mia. Ich bin dein Vater, meine Liebe, und ich liebe dich sehr. Lass den Laptop, Mia, und sprich respektvoll mit mir. Mia, lass den Laptop. Stell den Laptop zur Seite. Habt ihr gesehen, meine Freunde? Habe ich recht, ihn zum Schweigen zu bringen, oder nicht? Ihr entscheidet. Ich habe mich entschuldigt, aber es war umsonst. Du hast den Laptop kaputt gemacht, Mia. Du hast noch nichts gesehen, Papa. Stopp, Mia, was machst du? Bitte, Mia. Gibt es sonst noch jemanden, der dieses Gefühl ausprobieren möchte? Vielleicht mache ich eure quadratischen Köpfe rund. Wer noch nicht abonniert hat, geht ans Ende des Videos und abonniert. Sie werden viel verpassen, wenn sie jetzt nicht abonnieren. Unsere Episode für heute ist zu Ende. Vielen Dank fürs Zuschauen. Auf Wiedersehen, meine Freunde. Bis zur nächsten Folge. Ja, meine Freunde, wir sehen uns in der nächsten Folge. Auf Wiedersehen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Untertitelung des ZDF, 2020